Harald Mabler, er ist von Österreich und Landslagstrainer für A-Laget. Es war eigentlich keine Bra-Saison. Speziell mit Ludwig war er Held bei Doppeln. Es scheint richtig Bra. Es war sehr kein Ludwigs Winst in Idritte bei Hämmerplan. Es war ganz cool, dass er einen Winst bei Hämmerplan in Wärtsgruppen und über den Gula Pippen. Ja, der Kameratschaft. Wir haben aldrig seit einem großen Freundschaft in einem Svenske Buckel-Laget. Nächste Saison ist eine Jahrzehnte Saison. Wir rücken ein bisschen näher. Wir haben ein starkes Lager. Wir haben einen großen Freundschaft in der Welt. Was hat mich angeht? Ja. Was hat mich? Was hat mich? Hat mich. Hitter Probleme lösen Probleme und es tatsächlich besser als man. Was hat mich? Ich würde gerne sehen, dass es mehr passieren, wie Oka Puckel und die Hämmerplaner, und die auch die Beste in der Welt. Ich habe gerade ein Interview, weil ich normalerweise das nicht verstehe.